Hallo alle zusammen! Ich habe eine Frage an euch. Über welche Themen wollt ihr, dass ich in meinen Videos rede? Ich möchte jetzt jede Woche vier Videos machen, mindestens vier Videos. Mein Ziel ist es eigentlich, jeden Tag ein Video zu machen. Jeden Tag. Aber erstmal kann ich euch nur vier versprechen. Da bin ich mir sicher, das schaffe ich. Und meine Frage an euch ist, über welche Themen wollt ihr, dass ich spreche? Denn ich möchte natürlich über Dinge sprechen, die interessant für euch sind und die unterhaltsam sind. Insofern, ich bin gespannt, was ihr mir so vorschlägt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!